Über die aktuelle Lage möchte ich sprechen mit dem Historiker und General AD Klaus Wittmann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Morgen. Wir schauen auf Kharkiv, diese Vorstöße nun seit einigen Tagen. Was glauben Sie, wie lange kann die Ukraine da standhalten? Ich glaube, die Lage ist nicht völlig hoffnungslos. Dieser Angriff der russischen Kräfte um Kharkiv ist seit vielen Monaten vorbereitet worden. Und die Ukraine ist in prekärer Situation wegen des Mangels an Waffen, Luftabwehr, vor allen Dingen Munition. Das haben wir hier ja viele Wochen lang schon besprochen. Aber Kharkiv einzunehmen ist eine Nummer zu groß für die Kräfte, die Russland zur Verfügung hat. Das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Millionenstadt. Und die russischen Ziele scheinen zu sein, das hat Putin ja auch angekündigt, eine Pufferzone an der russischen Grenze zu schaffen, sodass Belgrat nicht so leicht angegriffen werden kann. Also das russische Grenzgebiet, die ukrainischen Truppen abzunutzen und sie zu binden oder von anderen Teilen der Front abzuziehen. Und wie gesagt, das ist prekär. Aber die Russen sind in den letzten Monaten nur wenige Kilometer vorangekommen. Und man muss militärisch auch unterscheiden, Einbruch oder Durchbruch. Man kann Einbrüche erzielen an der Front. Und die Ukrainer, die führen das, was wir militärisch das Verzögerungsgefecht nennen. Sie geben bestimmte Ortschaften auf, um sich dann wieder in Verteidigungsstellungen vorzulegen und evakuieren diese Orte, die zum Teil ja auch schon völlig zerstört sind. Aber ein Durchbruch ist etwas anderes. Das stellt sich der Laie so vor, als ob eine lokal überlegene Kolonne dann durch die Front der Ukrainer durchbricht und viele Kilometer ins Land reinfährt. Die ist dann in den Flanken selber gefährdet. Also man braucht dafür viel mehr Kräfte, als man sich so vorstellt. Aber andererseits, es wurde ja gerade gesagt, die Ukraine braucht Munition, Munition, Munition. Sie braucht mehr gepanzerte Gefechtsfahrzeuge. Sie braucht auch an der Front mehr Flugabwehr, die ja hauptsächlich für die ukrainischen Städte vorgehalten wird. Und sie bräuchte auch mehr weitreichende Präzisionswaffen, wie die Engländer sie jetzt wieder angekündigt haben. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.